Aber da wo das Kamin gleich ist, da ist das Dach wieder rot. Gucken wir die Perücke da vorne, wo die Pflanze. Ja, da musst du da schauen, ja. Verstehst du mich jetzt? Die Autos, wenn Lateranfahrer kommen, das wäre schön, oder? Hast du mich verstanden? Hallo, wenn Lateranfahrer kommen, das wäre schön. Schöner Waldhäuser. Man hat noch Kupfer. 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 I do. I do, in Englisch. I do. Sagt man. I do, I do. Schön warm ist der Hotel. Kein Wasser so schön gesetzt ist. Und die Hochspannung, die guckt man eigentlich auch nicht. Also so akzeptieren, das stört zwar ein bisschen mit dem schönen Blick in die Gebäude, aber schöner ist der Hochspanner als der Verkehr auf der Straße. Das ist ein bisschen zu kurz und dauernd. Man hat ja überhaupt nicht mehr. Ja, ja. Das hat zwar nicht mehr da. Im Gegenteil, das war eine Blitzauplatte. Wie meinst du? Mach ich jetzt das mit der Hochspanner? Was hast du gesagt? Da war nichts da. Nein, Gott sei Dank. Das ist eine Blitzauplatte.